Hallo Leute, ich glaube ich komme auf meinen Kanal. Heute ist der 14.15.12.2019. Und das was im Hintergrund war, ist mein Buch. Und jetzt zeige ich euch das inzwischen in meiner Zeitkalender. Aber wir waren auch. Von dem Aser. Ein Tisch drüber. Von dem Tisch. Sieht ab, ausgepackt. So auf. Ihr habt hier ein Befüllungsloch. Das ist oben. Da könnt ihr einen Schlauch reinstecken. Und das dreimal füllt sich das ein. Und hier könnt ihr das abnehmen. Aber nicht spülen. Ist aber leer. Ich muss jetzt angucken. Wird das richtig gespült. Und das ist ein Haftaschen, das Steuer. Und... Der sieht ganz schön aus. Ich sehe das verfolge in der Haftasche. Sicher gut geeignet. Wir packen aber dabei wieder ein. Da tun sich die Verpackung aus. Und... Damit werde ich sicher meine Freude haben. Nachher ist soweit ich weiß nicht immer zwei Kalender. Aber... Darum geht es ja nicht. Ich wünsche euch... Einen schönen dritten Agent. Und... Und... Weil schon Sonntag ist... Ein schöner dritten Agent. Und... Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wieder reinschaut. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Ciao. Aue Iges. Aue Iges. Bis zum nächsten Mal.